Hallo und willkommen zu diesem Tutorial. Heute zeige ich euch wie ihr eine schöne Wallpaper erstellen könnt. Dieses Hintergrundbild, was ihr hier seht, ist ein bisschen schwieriger zu erstellen. Das vorne hat noch weitere Skills und das erklärt nochmal beim anderen Tutorial. Also, ihr startet eure Photoshop, was ich gerade mache, erstellt mit STRG N eine neue Datei mit eurer Bildschirmauflösung und benennt das einfach mal wie ihr wollt. Ich nenne es in diesem Fall Tutorial. Jetzt habt ihr eure weiße Ebene hier und jetzt habt ihr hier im E-Mail-Fenster eure Hintergrund-Ebene. Ihr müsst die Hintergrund-Ebene entsperren. Dazu nehmt ihr einfach, haltet ihr mit der linken Maustaste gedrückt und zieht dieses Schloss auf diesen Mülleimer hier unten. Und schon ist sie entsperrt. Jetzt habt ihr hier die Ebene Null heißt jetzt und jetzt wählt ihr hier einfach mal eine schöne Farbe aus. Ich nehme jetzt auch nochmal ein Douglas Grau, nehmt euch was euch gefällt, das gefällt mir. Jetzt selektiert ihr die Ebene Null und drückt Alt und Entfernen. So, jetzt habt ihr hier euer dunkelgraues Bild oder je nachdem welche Farbe ihr genommen habt. Und ja, jetzt wählt ihr hier das Verlaufswerkzeug aus und wählt eine etwas hellere Graufarbe. So, ich nehme jetzt einfach mal die, die finde ich gut. Und zieht einfach einen Strich von hier bis ungefähr hier. Jetzt habt ihr hier auf der rechten Seite ein bisschen helleres Grau, auf der linken Seite ein bisschen dunkleres Grau. So, jetzt wählt ihr das Text-Tool aus, dieses T hier. Und wenn ihr jetzt einfach aufs Bild klickt, dann wird automatisch eine neue Ebene erstellt, also ihr müsst hier drüber jetzt keine neue Ebene erstellen. Ich klick jetzt einfach mal ungefähr hier hin und wählt eine Farbe aus. Ja, G ist okay. Und, ähm, also ein möglichst helles Grau würde ich in diesem Fall nehmen. Also das gleiche Grau, womit ihr auch mit dem Verlaufswerkzeug gearbeitet habt. Für diese Auflösung ist eine Schriftgröße von 120 Pixeln, ähm, angebracht. Ähm, aber ihr könnt ungefähr euch die Proportionen anschauen und dann, ähm, das bei euch auch machen. Ich würde den Text nicht in die Mitte setzen, weil das sieht ein bisschen zu langweilig aus. Und, ähm, wir brauchen den Platz links auch gleich für eine kleine Überraschung, also etwas, ein stylisches Feature. So, ihr schreibt jetzt einfach mal hier hin. Ich schreibe jetzt einfach mal hier in Illumengern, meinen YouTube-Channel-Namen. Und ziehe den ungefähr so hier hin. Ähm, sieht noch recht langweilig aus. Jetzt macht ihr einfach einen Doppelklick auf diese Ebene, diese Textebene. Und macht ein Häkchen bei, ähm, dem Punkt Schlagschatten. Und klickt einfach mal hier auf Schlagschatten rauf. Man sieht schon jetzt, aha, sieht ein bisschen besser aus. Und ich empfehle, also ich nehme immer gerne einen Winkel von 120 Grad. Das ist ganz gut. Und den Abstand nehme ich in diesem Fall 9 Pixel. Ihr könnt, wenn ihr eine kleinere Auflösung habt, dann wären 9 Pixel zu viel. Dann könnt ihr das so machen, dass es ungefähr auch so aussieht. Also, ihr müsst dann so ein bisschen rumexperimentieren. Ist noch keine Richtverse. Ihr könnt das machen wie wollt. Ihr könnt auch den Abstand auf 48 Pixel setzen, nur dann sieht es ein bisschen... Ähm, nöt aus. Ich nehme jetzt einen neuen Pixel und klicke einfach mal auf OK. So. Jetzt habt ihr hier den Text. Ihr könnt den auch verschieben. Jetzt, ähm, macht ihr einfach einen neuen Text hier hin. Hier mache ich jetzt einfach mal so ein paar Striche hin. Ähm, vielleicht den hier weg. Und... Ich mache das gleiche auch hier mit dem Schlagschatten. Und... Mach noch einen Text. Hier hin. Und schreibe aber mal hin. Please. Sub. 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 Ach, das ist vielleicht ein bisschen zu... Naja. Also, das ist ein bisschen zu lang. Also, das... Sieht ein bisschen doof aus. Da muss ich mal schreiben. Also, ich versuche möglichst da anzufangen, wo ich mit dem anderen Text auch angefangen habe. Ich schreibe jetzt auch nochmal... Hm. Ähm, YouTube. Und ziehe das auch ungefähr in Position. Ungefähr so. Also, ihr könnt es hinziehen, wie wollt. Das ist kein Richtwert hier. Und, ähm, macht auch wieder hier einen Schlagschatten. Ähm, ich nehme auch wieder 120 Grad und abstand von 9 Pixel. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Und jetzt könnt... Jetzt mache ich hier, ähm, auch was... Noch ein extra Feature. Also, ihr könnt diesen ganzen Text mal auf eine Ebene reduzieren. Indem ihr alle Ebene markiert. Und einfach wählt auf, ähm, Ebene verbinden. Quatsch. Ähm, stellt einfach eine neue Ebene. Und wählt hier auf, ähm, auf eine Ebene reduzieren. Jetzt habt ihr einfach, das heißt die Ebene Ebene 1. Und das ist euer ganzer kompletter Text. Ähm, so ungefähr. Ähm, jetzt geht ihr auf die Internetseite... Also, gebt einfach bei Google ein. Photoshop Brushes. Und, ja, jetzt habt ihr hier eine seriöse Seite. Ähm, wo ihr einfach, ähm, coole Brushes, also für Pinsel, ähm, downloaden könnt. Und hier jetzt auch noch mal ein Beispiel. Hier unten sind auch irgendwo Kategorien. Hier unten sind Kategorien. Hier unten Kategorien. Ich finde, ähm, guck mal so unter Obstruct gibt... Particle Smoke. Ah, sieht auch nicht schlecht aus. Ah, das könnten wir auch, glaub ich, gleich in das Bild einfügen. Das wird auch nicht schlecht aussehen. Okay, ihr downloadet einfach mal das Teil. Das kann das... Oh, kommt auf eure Internetverbindung und... Das ist gleich fertig. Also, hier gibt's sehr viele kostenlose Brushes. Also, hier steht auch, ähm, No, also... Man braucht keine, ähm, Hinweise auf den Hersteller, also auf den Macher geben. Und man kann's auch kommerziell nutzen. Also, ihr, ähm, öffnet das hier einfach. Und jetzt habt ihr hier verschiedene... Ups. Jetzt habt ihr hier drin verschiedene Dateien. Also, ähm, hier habt ihr einmal How to Install. Ähm, ich erklär euch das gleich. Und diese Datei ist wichtig. Das andere sind alles nur, ähm, Links. Ihr macht einfach ein Doppelklick auf diese Datei. Und schon, tada, ist es fertig. Ihr könnt euren Internetverbindung schließen. Auch die, ähm, auch das Verpackungsprogramm. Und, ähm, geht einfach hier auf, äh, euer Pinselwerkzeug. Und wählt hier einfach den Brush aus. Jetzt habt ihr hier, hab ich hier mehr Brushes. Und das hier sind die auch, glaub ich. Ja. Ja. Also, ich mach jetzt einfach hier so'n, so'n... Obwohl, ne. Den finde ich nicht so gut. Die sind alle bisschen eckig. Manche Stellen. Ja, das finde ich gut. Okay. Jetzt macht ihr hier einfach mal ein bisschen Farbe aus. Muss nicht grau sein, aber ich ne jetzt einfach mal grau. Dann seht ihr, aha, okay. Hier ist ein Teil. Jetzt könnt ihr das, ähm, mit Steuerung T auswählen. Und wenn ihr einfach außerhalb dieses Viereckseite könnt ihr das drehen. Ähm. Jetzt hab ich das hier auch noch auf die Ebene drauf gemacht. Ähm. Macht das mal rückgängig mit, ähm, Steuerung Z. Mit, ähm, Steuerung Alt und Z. Ähm. Und erstellt natürlich eine Neuebene. Und macht darauf dann, ähm, mit dem Pinselwerkzeug euer, ähm, euren Smoke. Okay, ich nehme jetzt mal einen anderen Brush. Ihr könnt ihn auch noch größer machen. Das geht anders. Hier ist der Brush für hier oben so eine Ecke gedacht. Ähm. Ach, was nehm ich denn da? Nehm ich das mal. So. Jetzt könnt ihr hier noch die Größe einstellen. Aber das ist ganz okay. Und packt das einfach mal hier hin. Jetzt habt ihr hier, ähm, so ein Brush. Obwohl der ist vorhin abgeschnitten. Das gefällt mir auch nicht. Sorry, ich hab leid. Oh. Das finde ich so gut. Also ihr könnt die ganz groß machen. Bisschen kleiner vielleicht. So ist okay. Also ihr macht den einfach hier hin. Und, ähm, wählt STRG T aus. Und dreht den. Ja, ihr könnt auch oben einstellen. Minus, ähm, 180 Grad. Ähm, drückt das hier hin. Und zieht den einfach hier in Position. Ähm, jetzt hier vorne ist so eine Ecke. Und das gefällt mir nicht so gut. Also nehmt ihr einfach mal das Radiergummi-Werkzeug. Wählt einen weichen Pinsel aus. Und fahrt ihr einfach mal so ein bisschen an der Seite so lang. Und schon hat man das weg. So. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr, ähm, mach ich eventuell noch so ein Teil hin. Aber das soll unter den Smoke. Und dazu ziehe ich einfach die neue Ebene unter die Ebene 2. Und wähle wieder ein Brush aus. Den ich übrigens auf einer Seite habe. Ähm. Ich finde den gar nicht. Also ein bisschen klein hier dargestellt. Ich finde den gar nicht. Okay. Okay. Nehm ich auch mal. Okay. Nehm ich auch mal. Okay. Nehm ich auch mal den. Und. Vielleicht ein bisschen größer. Und. Klasch den einfach mal so hin. Und, ähm, verschieb den. Unter den Text. Und dann hat man einfach so einen grauen Klecks hinter dem Text. Man sollte nicht zu viel hinter dem Text machen. Weil sonst kann man den irgendwann nicht mehr lesen. Obwohl eigentlich schon. Na. Zu Vorsicht lieber nicht. Und ja. Dann hat man hier. Sowas halt. Und. Ja. Äh. Das war eigentlich auch schon ganz so toll. Ähm. Ihr könnt es natürlich alles auch noch farbig machen. Ihr müsstet nicht in Grau halten. Aber ich fand. Grau. Ähm. War ganz gut für ein Liter komplett. Und. Ja. Ich hab's halt euch geholfen. Das Tutorial. Ähm. Abonniert mich. Wenn's euch gefallen hat. Ähm. Für mehr Videos auch. Und. Wenn ihr Anregungen. Oder Kritik habt. Oder Ideen zu neuen Videos. Schreibt mir eine PM. Oder. Macht das in die Comments. Ähm. Also in die Kommentare. Das würd mich freuen. Und. Ähm. Oh. Eventuell kann man noch. Das Teil ein bisschen noch da. Ist ungefähr. Also schreibt es in die Comments. Und. Ähm. Ja. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ähm. Tschüss.